Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde meine Rede gerne erst beginnen, wenn der zuständige Senator für Inneres hier ist und bitte deshalb darum, dass man ihn zitiert. Der Antrag müsste von der Fraktion gestellt werden. Sie beantragen das im Namen Ihrer Fraktion. Ich verstehe, wird die Aussprache... Herr Kollege, darf ich mal ganz kurz weitermachen? Danke. Wird die Aussprache hierüber gewünscht? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir jetzt ab. Ich bitte um das Handzeichen zur Zustimmung für die Zitierung des zuständigen Senators. Das sind die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktionen. Ich wünsche um... Bitte um das Handzeichen zur Gegenstimme. Das sind die Fraktionen der SPD und der CDU. Und der fraktionslose Abgeordnete. Enthaltungen bitte? Ich sehe eine Enthaltung. Einen Moment bitte. Wir sind uns an dieser Stelle nicht sicher, was jetzt die Mehrheit war. So, dann... Ah, da ist der Herr Senator. Wunderbar. Ich glaube, wir haben das Problem so geklärt. Herr Abgeordneter Luchs, Sie können fortfahren in Ihrer Rede. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Innensenator, ich bin sehr froh, dass Sie entgegen dem Votum Ihrer Koalitionsfraktionen, der Zitatforderung meiner Fraktion und der Oppositionsfraktionen gefolgt sind. Das zeigt, dass der Senat auch manchmal, dass der Senat auch manchmal zu Recht über die Haltung der eigenen, doch manchmal sehr blocktreuen Regierungsfraktionen hinweggeht. Und das ist in diesem Fall sehr anständig von Ihnen. Denn ich weiß, dass Sie wahrscheinlich gerade sehr violente Neuigkeiten zu verhandeln haben, hat Polizei-Vizepräsidentin auf dem Weg hier ins Plenum gesehen. Und es geht wahrscheinlich um den Skandal, den Berlin möglicherweise in der Sache NSU und V-Mann zu verursachen hat. Noch nun zur Sache. Der Prioritätenantrag der Piraten ist ein sehr wichtiger Antrag auch für unsere Stadt. Denn Kollege Dr. Weiß hat ja bereits darauf hingewiesen, dass Berlin der größte Adresshändler in der Bundesrepublik überhaupt ist. Und wenn es stimmt, dass die SPD-Fraktion und auch der Innensenator Henkel, wie er sich in den Medien geäußert hat, da noch weitere Einschränkungen will, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv gefragt werden müssen, stimmen Sie zu, dass wir mit Ihren Adressdaten handeln. Dann ist es richtig und dann ist es auch richtig und gut so, dass wir als Parlament hier zu einer gemeinsamen Haltung kommen, meine Damen und Herren. Und deswegen wäre es aber auch nötig, dass wir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem Volkszählungsurteil stammend, meine Daten gehören mir, frag mich, wenn du was mit ihnen tun willst, wenn du sie erheben willst, wenn du sie verarbeiten willst, dass wir dies ernst nehmen. Die Daten gehören den Bürgerinnen und Bürgern und wir als Staat haben, sorgsam mit ihnen umzugehen. Und man kann nicht einfach mal so, nur weil, spiele ich an auf die Bundestagsbeschlussfassung, weil ein EM-Spiel läuft, in einer Hoppla-Hop-Sitzung mal beschließen, ach man darf für gewerbliche Zwecke, darf man die Adressdaten verkaufen, ohne dass die Bürgerin, ohne dass der Bürger zustimmen muss. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen, ich war erstaunt, aber sehr erfreut, dass der Senat, der regierende Bürgermeister sogar, aber auch Bürgermeister in Senator Henkel in den nächsten Tagen gesagt haben, sie seien entsetzt über diese Regelung. Sie wünschen sich, dass das geändert wird und sie werden im Bundesrat alles dafür tun, damit das erreicht wird. Und die Ursprungsfassung des Gesetzes, nämlich die Bürgerinnen, die Berlinerinnen, der Berliner, wird gefragt, ob die Daten weitergehandelt werden dürfen, dass diese wieder in Kraft treten sollen. Und das ist gemeinsames Anliegen. Ich war aber trotzdem überrascht, denn Berlin ist einer der größten Profiteure. 1,8 Millionen Datensätze, die im letzten Jahr verkauft worden sind, die abgefragt worden sind. Und man kann doch nicht sich wieder bar jeder eigenen Verantwortung zu diesem Thema bekennen. Das liegt schon wieder so nah, dass man beklagt einen Zustand, profitiert aber gleichzeitig von Ihnen. Und hier, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir heute und jetzt dem Piratenantrag zustimmen, um nämlich zu sagen, deswegen wollen wir dieses Bekenntnis von Ihnen hier. Und sehr geehrter Herr Kollege Klein-Eidam, ich fände es sinnvoll, wenn wir über die formalen Unzulänglichkeiten des Antrags hinwegsehen würden. Er ist trotzdem beschlussfähig und man weiß, was gemeint ist. Und es ist sinnvoll, ihn jetzt zu bekräftigen, weil ich habe Sie nicht verstanden. Es ist doch im Prinzip dem Tenor zu entnehmen, worauf die Piratenfraktion hinaus will. Und es wäre sinnvoll, dass das Parlament heute und jetzt sagt, lieber Senat, ihr habt die Unterstützung des gesamten Hauses, wenn ihr euch dafür einsetzt, dass es eben nicht die Vorzugsbehandlung für Adresshändler, für Leute gibt, die gewerblich mit Daten handeln. Und es wäre sinnvoll, deswegen heute dem Antrag der Piraten zuzustimmen, meine Damen und Herren. Nein, es handelt sich auch nicht um einen Skandal, wenn Sie es nicht tun. Es zeigt aber mal wieder, wie wenig konsequent Sie in Ihrer Haltung sind. Es zeigt auch, wie wenig Sie zugeben wollen, was in Berlin tatsächlich passiert. Denn auch hier liegt es in unserer Verantwortung, sorgfältig mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger umzugehen. Und das tun Sie in dem Fall nicht. Wir haben landesrechtliche Möglichkeiten über Ausführungsvorschriften, über Gebühren, um dem Adresshandel zumindest Einhalt zu gebieten oder aber auch, um die Hürden zu erhöhen. Es gibt reihenweise von automatisierten Adressabfragen, bei denen nicht mal nach der Begründetheit gefragt wird, die jedenfalls nur ein bisschen dargelegt werden müssen. Und deswegen kommt es zu diesem schwunghaften Adresshandel in dieser Stadt, über eine Million Datenabfragen pro Jahr, Tendenz steigend. Und deswegen ist es ganz klar und sinnvoll, dass wir hier dem Antrag zustimmen, den Datenhandel einzudämmen. Es war ein Skandal in der Sommerpause, als bekannt geworden ist, vor allen Dingen, in welchen Umständen dieses Gesetz mal so mir nichts, dir nichts sagt. Hier darf schwunghaft mit Daten der Bürgerinnen und Bürger gehandelt werden. Und deswegen ist es richtig, heute, hier und jetzt zu sagen, wir brauchen dazu keine weitere Ausschussberatung mehr. Der Tenor ist völlig klar. Wir können diesen Antrag beschließen und dann tun wir das auch. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lukas.